Ich kann raum springen, hüpf, 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 hüpf. Da zitiert Bratze wirklich Ibin, als ob Bratze schreiben könnte, ist mal ohne Scheiß. Ja, aber offiziell, ich schrieme, ey. Entschuldigung, ich sollte dich nicht so leilen vor, oh, fett, ich muss jetzt einen Eimer voll Fett fressen. Ich kann mir nichts Schwierendes vorstellen. Mampfs, ich bin fett geworden. Puh, daneben gesprungen, scheiße, nein, nein, scheiß, Dreck, yeah, okay. Ich brauche die Kacke. Fertz lucky. Geld, Gold. Oh, das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen. Full Elf, nice. Ich glaube, das Item ist scheiße, aber egal. Blast Damage, obwohl das geht eigentlich, ja, Blast Damage geht fit. Das Schlimme ist nur, die wissen manchmal vorher, wo ich hinrenne, also, die predikten halt einfach, irgendwie. Keine Ahnung, wie die das machen. Kann ich über euch rüber springen? Nicht, ich kann auf euch drauf springen. Hey, ich habe einen Super Mario Jump, ihr müsst also euch Schaden kriegen. Das wäre wohl das Mindeste. Aber ich kann euch rüber springen, alles klar. Gut, das ist schön. Das ist zwar, was ich gerade eigentlich versuchen wollte. Ich habe es natürlich auf Max Range versucht, obwohl ich, glaube ich, eigentlich relativ weit springen kann. Ah, obwohl, stimmt, ich bin langsamer und fetter geworden. Dadurch kann ich wahrscheinlich nicht mehr so weit springen, wie vorher. Was irgendwie dämlich ist. Also, gemein. Also, viel eher gemein als dämlich. Dämlich ist es nicht, das ist komplett berechtigt. Warum sollte so ein scheiß Fettsack auch so weit springen können? So ein scheiß Fettsack klingt echt fies. Der sollte gar nicht so fies klingen. Es tut mir leid. Jetzt brauche ich noch eine Löwenmähne und so ein scheiß Toaster. Ja, dann ist alles safe. Und nochmal Samson. Aber mit Samson vorherhin hatte ich gewonnen, oder? Na, stimmt, das wäre das Mindeste. Wo bin ich? Cave's XL. Was ist ein XL-Run? Oh, das ist mein erster XL-Run. Gadi Junior. Oh, fuck. Okay, immer nach unten springen. Na, eigentlich sollte der mir gar nichts mehr können jetzt. Tatsache. Wow, das ist ja richtig geil. Ich muss einfach nur die ganze Zeit auf der Seite zurück. Und ich kann nicht mehr getroffen. Ja, doch. Ich wollte getroffen. Okay. Ey, was zur... Fick deine Mutter. Krass, Mann. Der Toaster ist doch mega dumm, oder? Ja. Deswegen mag es gleich in der... Ist das richtig? Genauso ticke ich. Zeig mir das dämlichste Item überhaupt. Ich liebe es. Frag mich nicht, wieso ich solche dumme Sachen einfach liebe. Aber umso dämlicher Sachen sind, umso geiler finde ich die. Puh. So. Hey! So. Also nicht nur der Anlauf ist entscheidend nebenbei erwägt. Es ist auch ein bisschen entscheidend, wie lange du auf die Leertaste drückst. Hey, das will ich haben. Also, na, toll. Hey, bin ich hier umsonst reingerannt. Hey! Puh! Nein, das war nicht meine Absicht. Wow! Das wäre echt der Fassens. Voller gesprungen. Gerannt. Gedingens. Das wäre ja krass gewesen. Oh, ja. Volles Leben. Nice. Nice. Ich hasse diese Gegner. Die sind einfach so scheiße. Rein damit. Oh, nö. Und ich sag nur rein damit, ey. Lala. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. No, nö, 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 nö. Wenn ich mit dem Spring noch Schaden machen könnte, wäre das Item perfekt. Scheiß. Okay, das wäre etwas übermächtig. Ey! Aber... Es wäre perfekt. Aha, der Typ kann da durchschießen. Manchmal. Okay, da hinten gibt es nichts mehr. Also da gibt es definitiv nichts mehr. Ich werde mich wirklich nur noch springend fortbewegen. Also da war ich drin. Ich habe echt nicht gemerkt, dass hier zwei Siegelpunks waren. Alter. Und ich habe sogar beide mitgenommen. Alles klar. Gut. Darauf wollte ich gerade eigentlich nur hinaus. Ich wollte nochmal alle Herzen einsammeln und äh... Hm. Interessant. Mucho interessante. Chub. Der geile Chub. Oder so. Bam, Junge. Und tschüss. Das Item kenne ich nicht mal. HP, Tears ab und Shot Speed. Uh, nice. Das ist ein cooles Item. Ah, ich kann nur zwei Dinge annehmen. Ich werde aber eigentlich drei annehmen. Okay. The Brimstone, friend. Ah, okay. Und hier. Das macht es nichturer. Ich werde nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich werde mich aber nicht mehrmals abilen. Ich werde hier. Das macht mit mir. Ich würde einfach noch ein bisschen ein bisschen vernehmen. Ich werde mich einmal neun. Ich werde mich damitぁern noch ein bisschen davon abhozentieren. Okay, bei dem kann man das nicht... es kann auch sein, dass man das allgemein nicht mehr glitschen kann. Ach, äh... Hallo Nina! Hm. Ich vermute die E-Mail eben gerade kam dann durch dich. Bin ich mir aber auch nicht so sicher. Also ich habe auf dem Handy irgendeine E-Mail bekommen und da ich Follower E-Mails bekomme... Vielen Dank. Ah, nicht beide übrigens. Ja, bei einem Account! Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Und wie gesagt, willkommen! Oh! Ich sehe überall so Sternchenpunkte! Boah, das Ding ist einfach richtig mächtig! Auf der Konsole kann man switchen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber... Also ich weiß nicht, was du mit switchen meinst. Ist mir auch scheißegal! Wo ist man das hier wegsprengen? Boah, ich will die ganzen Steine essen können! Oh ne Scheiß! Mein Brimstorm-Pet ist so stark! Das ist der Wahnsinn! Ich kann einfach machen, was ich will! Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich lang muss, wäre das richtig krass! Kein Scheiß! Wollen die Gegner sterben einfach so! Alter, ist das Ding krass! Das wäre der Wahnsinn! Lass mich jetzt nochmal einen Wafer kriegen! Ohne Witz! Und dann ist es einfach nur vorbei! Yeah! Nein! Da geh ich als letztes lang! Yeah! Lass mich auch erstmal liegen! Alter, das Ding haut einfach so viel Schaden draus! Es ist einfach weg! Boah, ist das Ding krass, Alter! Wahnsinn! Er schießt die Szene? Ah, ne, es ist nicht das, was ich dachte! Ist mein Name nun rot oder nicht? Ja! Er ist rot! Die Richtung von Brimstone kam ein Ende auf der Konsole! Ne, äh, was ich meinte, ich kann die auch hinschießen, wo ich, also ich kann jetzt, äh, dahin, dahin schießen, dahin schießen, dahin schießen, dahin schießen und dahin schießen, aber... Äh, beim alten Isaac konnte man, wenn ich jetzt schieße, also jetzt und nach dahin drücke, äh, hat er in beide Richtungen kurz geschießen, also die eine kurz und die andere danach auch nochmal kurz. Also zumindest Isaac hat das gemacht, das 4 an sich, das gab es damals noch nicht. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Genauso wie das Ding da irgendwo hat. Keine Ahnung, was das wollte, ey. Spaß! Uhu! Ich benutze den Jump ja eh nicht mehr, ne? Also wird's Zeit für... Hab, bin ich grad, äh... Ah, Deaths 1, schade. Also wirklich schade. Ah, stimmt, den Jump hab ich lange nicht mehr benutzt. Was sollte ich hier beispielsweise machen, wenn ich keine... Ich glaube sogar zwei Bomben hätte. Äh, okay. Wenn ich keine Bombe hätte. Jetzt mal ohne Scheiß. Mist. Oder wenn ich jetzt keine mehr hätte. Das ist... Fuck. Egal. Ich kann jetzt übrigens in diesem Raum fliegen. Äh, das bringt mir so viel wie Käsekuchen. Ähm, nein. Käsekuchen bringt mir deutlich mehr, weil Käsekuchen deutlich besser ist. Loki. Boah, das Ding hat so einen fetten Damage. Das ist der Wahnsinn. Das Ding hat so krass. Krieg ich jetzt einen dritten Devil-Deal? Oh, ich krieg sogar richtig geile Devil-Deals. Die werden beide angenommen. Die werden mit dem hier haben. Ich!